Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Minecraft Tutorial von mir, MiningTube. Und heute werde ich euch zeigen, wie ihr einen Item Elevator bauen könnt und das komplett ohne Redstone. Also für diesen Elevator braucht ihr keinen Block, der irgendwas mit Redstone zu tun hat. Alles was ihr braucht, seht ihr jetzt in meiner Hotbar, außer der Truhe und dem Hopper. Das ist nämlich dann Ausnahme. Und ja, ich werde euch jetzt einfach mal zeigen, wie so ein Elevator funktioniert. Erstmal, fettes Dank, oder ja, die Erfindung von diesem Elevator ist auf jeden Fall von Test137E29. So heißt er in YouTube. Ich weiß, es ist ein komischer Name, aber so komisch der Name auch klingt. Man denkt sich nicht irgendwie, dass da ein cooles Genie hinter diesem Name stecken könnte, aber schaut auf seinem Kanal vorbei. Das ist alles, was ich sagen kann. Das ist einfach nur BAM, Alter, da explodiert dein Gehirn, wenn du das siehst. Ich frage mich immer wieder, wie kommt man denn auf sowas? Ich frage mich ja eh schon bei vielen Leuten, wie man auf sowas kommt, aber wenn man seine Videos sieht, ist wieder was komplett Neues. Also hat alles was mit Minecraft zu tun, was der auch lebt eigentlich. Der macht auch sehr selten Videos, aber dafür sind es wirklich einmalige Videos, was der macht. So, also der Elevator transportiert jetzt das Item nach oben. Ja, dann ist hier oben Wasserkanal nochmal. Falls jetzt hier oben irgendwie das Ende der Station ist, also ihr müsst euch vorstellen, da unten ist irgendwie eine Zuckerrohrfarm oder so, dann werden die Zuckerrohre, Zuckerrohre, sagen wir das so, naja, automatisch geerntet und dann fließen die hier durch das Wasserlauf, durch den Wasserstrahl? Ne, durch den Wasserkanal. Und dann gehen sie hier den Item Elevator hoch und wenn man dann gerade nicht da, hier ist, ne? Ja, wenn man halt gerade nicht hier ist oder, naja, wenn man da ist, ist doch auch, also die Items gehen halt dann automatisch in diesen Hopper hier, in den Trichter und dann werden sie in diese Truhe gebracht. Das ist sehr gut, aber man kann den Kanal hier auch weiterlaufen lassen, also man kann da noch mehr Item Elevator dranhängen, die dann zur Seite gehen und das funktioniert dann so, also unten ist wie schon gesehen hier und oben wird es dann anders, macht man dann hier seine Pause und dann muss das Wasser wieder von der Ecke reinkommen, damit das Item hier auf die Seite gedruckt hat, damit das Item auf die Seite gedruckt wird, aber dazu gleich mehr und dann wird es hier weitergesendet durch den Wasserkanal zu den Zäunen und da hoch. So, soviel dazu erstmal und jetzt gibt es ein sehr ausführliches Tutorial dazu, also passt mal gut auf. Also, jetzt werden alle Fragen hoffentlich beantwortet von euch. Also, wenn ihr euch gefragt habt, warum ist denn hier jetzt irgendwie, warum hast du das nicht so gemacht, MiningTube? So, einfach so, bam, dazu gibt es eine ganz leichte Antwort und zwar muss das hier so sein, weil die Items hier an eine Wand gedruckt werden müssen und ja, das kann entweder die Wand sein oder halt, kannst du natürlich auch so machen dann, äh, whoops, 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 so. Dann werden sie halt an die Wand gedrückt, das geht natürlich auch, aber sie müssen halt einfach an irgendeine Wand gedrückt werden, die Items, weil sonst funktioniert der Items weiter nicht. So, hab ich alles schon probiert. Und ja, dann brauchen wir hier noch, also ich zeig's gleich nochmal. So, jetzt haben wir das hier. So, also hier zwei, dann zwei frei, drei und hier noch einen. So, dann müssen hier zwei Zäune hin und hier, das ist auch wieder ein wichtiger Punkt, ohne das wird's nicht funktionieren. Der, der Zaun hier darf nirgends außer an diesem Zaun dranhängen. Deswegen müssen hier zwei transparente Blöcke hin und dann machen wir, ja, dann brauchen wir eigentlich keine soliden Blöcke mehr. Also, oh ja, genau, das hier hinten müssen solide Blöcke sein. Eins, zwei, drei, vier, fünf solide Blöcke müssen hier noch hin. Sonst funktioniert's auch nicht. Ja, und dann war's das eigentlich auch schon mit allem, was ihr beachten müsst. Jetzt müsst ihr einfach nur noch so einen Turm bauen. Wenn ihr euch denkt, dass man das auch so machen könnte, also ein Einmal-Eins-Turm, das geht leider nicht, dann springen die Items raus, aber so geht es. Ich hab auch schon welche gesehen, die da so einen 3x3-Turm hochgebaut haben, aber ich mache immer gerne die Designs, so wie man's halt am einfachsten bauen kann, damit ihr das auch genau so in eurer Survival-Welt nachbauen könnt und nicht irgendwie noch dran tüfteln müsst, dass es noch irgendwie, oder ob es noch effizienter geht, indem man weniger Glas benutzt. Also, das ist so ziemlich die Version, die ich jetzt gerade baue, die, 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 äh, da braucht ihr halt am wenigsten Ressourcen, sagen wir es mal so. Also, dann platzieren wir hier das Wasser und natürlich kann man dann hier, wenn man jetzt einen längeren Wasserkanal hat, ähm, also das hier ist halt ein Wasserkanal muss und kann das natürlich jetzt auch so machen, ne? Also hier muss man halt dann so hinhängen, Wasserkanal, den Wasserkanal, äh, ja so, wie man braucht, hier muss eine Ecke sein, das ist so wichtig wie, äh, Butter auf dem, äh, Brot. Ja. So, also. Dann war's ist eigentlich auch schon, das war alles, das war alles, was ihr wissen müsst über diesen Elevator und ich hoffe, dass ihr diesen Elevator dann auch nachbauen könnt. Manchmal spinnt er vielleicht ein bisschen rum, ja, ja, habt ihr gesehen, er hat jetzt ein bisschen rumgespackt, aber, naja, das muss auch mal sein, ne? Äh, und ja, ich glaub, das war eigentlich alles, was man, äh, dazu noch erwähnen muss. Ich hoffe, ihr habt alles verstanden und wenn's noch irgendwelche Fragen gibt, dann, äh, postet mir die in die Kommentare oder anhand eines Kommentar-Ress. Ja. Wird schon gestimmt haben. Und ich möchte noch hinzufügen, ich, man braucht da hinten eigentlich nicht fünf solide Blöcke, sondern nur drei. Also jetzt ist echt die effizienteste und hier noch so, so, so. Jetzt soll es so effizient sein, wie es geht. So, Leute, das war's. Haut rein und bis zum nächsten Video. See ya!